Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Mario Party, The Top 100. Es kann weitergehen. Ich dachte kurzfristig, mein 3DS wäre kaputt, beziehungsweise das Capture-Gerät wäre kaputt. Allerdings, wie durch Zauberei, funktioniert es wieder und wir haben die Möglichkeit, Mario Party weiterzuspielen. Das ist ja unfassbar gut und aus diesem Grund kann ich gar nicht mehr so an Welt 2 hin. Nein, ich auch nicht, Mann. Toddy Boy, ich halt auch nicht. Ich wüsste auch nicht, dass hier noch so ein Elend gewesen wäre. Jetzt haben wir eine Plus 5. Was soll ich denn mit dem Scheiß? Der Kran hat Schuld sowieso. Sowieso. Ich denke, das steht außer Frage. Wisst ihr, wer nicht Schuld hat? Ich. Ah, halten, Greifer bewegen. Ah, loslassen, Greifer senken. Ich muss die anderen alle kriegen. Ach, du Scheiße. Scheiße. Ja. Ne, ne, was? Was? Okay. Hm. Ah, okay. Ich, äh, I see. Aber... So ganz hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Ne, das wird nichts, glaube ich. Ich glaube, ich bin ein Idiot. Das Problem ist auch, ich muss es ja komplett schaffen, sonst... Strip me. Ach, komm. Den hättest du mir schon durchgehen lassen können. Wie soll ich denn das abschätzen, Mann? Wie soll ich denn sowas abschätzen? Wir haben es doch voll vergessen. Und in den letzten zehn Sekunden wird das auch nichts mehr. Ne. Naja. Den zweiten haben wir noch, aber... Der Louis da ist unerreichbar. Er war aber auch echt gut, ne? Zu meiner Verteidigung muss ich das jetzt einfach so sagen. Er war verflucht gut. Punkt. Er hat sich auch stark gewehrt. Ja. Ja. Ne. Ich weiß. Ich weiß. Oh! Oh, oh, oh. Ich weiß. Ich weiß es doch auch, Leute. Leute, ich weiß es. War nicht so gut. Bewegen, springen. Alles jetzt gegen mich. Die ganze Zeit. Ich verhindere, dass wir gegen da zehn Tore schießen. Als ob ich jetzt alles hier machen muss. Oh Gott. Das wird schwierig. Ja. Lol. Wenn die... Wenn die zeitgleich schießen... Dann ist halt Rhythmie, ne? Okay. Na. Oh. Mein Gott. Ich werde... Jetzt werde ich auseinandergenommen. Jetzt werde ich einfach eiskalt zerstört. Ja, gegen... Solche gegen drei Spiele, die dann nur noch fake sind. Okay, aber es ist diesmal ein Teamspiel. Ach, das Spiel, ne? Macht so viel Spaß. Wahnsinn. Jetzt, wo ich es wieder seit... Drei Minuten spiele, denke ich, wir schon wieder so... Arbeite jetzt, Timo, um möglichst viele Kuchen zu dekorieren. Yay. Ah. Ich dachte halt, ich soll mich bewegen. Hm. Okay. Ich dachte tatsächlich, darum geht es, ne? Ich muss was einsammeln. Na ja, gut. Okay, das ist... Das ist jetzt nicht das ganz große Thema hier. Auch wenn man es nicht direkt versteht. Das sind halt immer so ein bisschen die Probleme. Du kennst das Spiel nicht. Wie auch gerade bei den Eins-gegen-drei-Spielen. Gerade da ist es ein Problem. Vielleicht sollte ich da einfach sagen, okay, ich übe. Aber will man ja irgendwie auch nicht. Na? Ist immer so das Ding. Üben. Ach, übt ihr übt? Das ist ja nicht so geil. Dann finden wir ja doch noch heraus, was bei einem Game Over passiert. Ich hab so das Gefühl, kann nicht mehr lange dauern. Hürden-Hüpf. Okay, das ist ein Spiel, das kann man schaffen. Das kenn ich sogar. Das... Ich erinnere. Mario Party 7. Das ist meine Mario Party. Ist einfach so. Bewegen, springen. Ja klar. Machen wir. Das ist meine Mario Party. Die siebte. Siebte ist am besten. Ich weiß auch nicht. Sieben und acht. Okay, wir können schon mal die Letzter werden. Alles ist gut. War aber auch eigentlich klar. Ah. Das hält ein Spiel aus sieben. Natürlich gewinne ich da. Na, kein Problem. Und damit weiterhin kein Game Over. Aber... Die Boni reichen nicht. Und ich denke mal, da im Mitteldingen... ... wird etwas anderes passieren, als... ... als gönn dir ein paar Münzen, ne? Wahrscheinlich wieder so ein... Na, sieht mir eher so nach so einem Battle aus. War da gerade Kalorien? Irgendwas? Ja. Verliere die Dings mit dem Kuchen nicht aus den Augen. Den Affen. Zeiger bewegen, bestätigen. Was? Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir nicht mal sicher, was sie von mir wollen. Aber ich werde nicht Letzter. Okay. Gott sei Dank. Also, ich... Ich weiß bei keinem, ob der einen Kuchen hat. Bei keinem einzigen. Reines Raten. Aber vielleicht habe ich schon gewonnen. Nee. Daisy hält sich wacker. Ja. Okay. Daisy-Chan. Dann schauen wir mal, ne? Schlecht geraten. Schlecht geraten. Macht aber nichts. Wie gesagt, die CPU war kacke. Entsprechend. Alles gut. Echt schlimm. Hurra! Was ein Elend. Und jetzt kommt ein Battlespiel, bei dem ich verlieren werde, ne? Ist es so? Ist es so, oder ist es so? Vielleicht ist es auch einfach nur was Gutes für mich? Es ist doch nur was Gutes für mich. Ja, Mann. War zu wenig. Hier die Westernwelt. Hop und X. Spielen wir das alle? Okay, wir spielen alle zusammen. Wobei, ist nicht sicher. Oh, die drei sind auch stark. Ja, im Uhrzeigersinn drehen. Ey, gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ja, das kenne ich. Normalerweise bin ich aber nie derjenige, der drehen darf. Nie. Wüsste nicht, dass ich jemals drehen durfte. Direkt trollen, ne? So ein bisschen versuchen, die Leute trollen. Zu trollen. Ein bisschen hin und her. Gegen menschliche Gegner. Schwierig. Definitiv. In die CPU. Auf stark. Selbst dort. Kein Problem. Okay. Noch ein Spiel gewinnen, Visado. Dann hast du wenigstens ein Bonusleben. Dann kannst du ja ein Fail erlauben. Bitte. Bitte macht das. Kanonenkrise. Glück, ne? Ich glaube schon. Wird das Glück über mein Game Over entscheiden? Ja, wird es. Na, in welchen Kanonen sich deine Gegner verstecken? Jetzt? Also, ich habe einen Knopf gedrückt. Ja, das ist ja reines Glück, Mann. Nämlich A. Warum nicht? Niemand. Nimm mal X. Wenn das Glück über dein Schicksal entscheidet, ne? Die Frage. Wahrscheinlich kann ich es gar nicht mehr schaffen, ne? Das ist so. So, das Ding. Außer da sind jetzt beide reingegangen. Ich würde es aber schon fair finden, wenn es einen mit zwei gibt. Natürlich auch falsch. Und es war Y. Fuck! Und dadurch jetzt das Game Over geholt. Wirklich. Wenn ich jetzt bis dahin wieder spielen muss, bin ich echt wütend. So ein Scheiß. Wenn du eins in einem Schuss in einem Amiibo einliest, kannst du weiterspielen. Wirklich? Wirklich? Soll ich eben... Ich gehe mal schnell zum Saturn und hole mir ein Amiibo. Wartet. Oder auch nicht. Und dann kriege ich ein Game Over. Wenn ich jetzt keine 15 Euro ausgebe. Nein. Erneut am Speicherpunkt dieser Welt. Ööö. Ööö. Wow. Wow. Gut. Okay, dann sehen wir uns, ne? Da hinten. So, nachdem ich jetzt gefühlt mein Leben verschwendet habe. Irgendwie, ich weiß nicht. Kann ich das jetzt machen, ohne dass es reines Glück ist, ob ich hier weiterspielen darf. Das ist doch nett. Das ist doch wirklich, wirklich nett. So, dann lassen wir, dann lassen wir den Zufall mal entscheiden, ob ich ein Leben verliere. Ne? Schauen wir mal. Jetzt könnte man natürlich sagen wollen, du hast doch gerade gesehen, wo die hingelaufen sind. Im Nachhinein betrachtet könnte das so sein. Ich würde nämlich sagen, gibt es B und X. Von dem, was ich gesehen habe. Falls man das angedeutet hat. Ah, okay. Dann hätte ich es vielleicht auch beim ersten Mal sehen können. Vielleicht. Aber sicher ist das halt auch noch nicht. Denn sie können sich immer noch anders entschieden haben. Seht ihr? Haben sie. Aber dann würde ich sagen Y. Eigentlich, so weit können sie nicht mehr gelaufen sein. Aber sie sind in drei verschiedenen Dingern, damit verliere ich. Ja. Ne? Gut. Unspiel. Richtig, richtig gutes Spiel. Fällt mir. Ist er ein... Nein. Einfach nein. Großes Tau ziehen. Das könnte doch was sein. Aber ich glaube, da muss man drehen. Kann das sein. Botieren am Seil ziehen. Ja, das wird ja interessant. Machen wir einfach mal den Stick kaputt, ne? Warum auch nicht? Auch nicht. Kann man mal machen. Oh, das war... Man musste nicht sonderlich schnell rotieren. Das konnte man gut machen. Nehmen wir es zurück. Ich hatte kurz Angst. Denn das war doch, glaube ich, das Spiel, wo alle Welt rumheult, ne? Weswegen Nintendo dann damals auch Handschuhe verteilen musste in Amerika. War das so? Das ist ein interessanter Funfact. Ich weiß, ich weiß. Den könnte man jetzt lang und breit ausbreiten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jeder von euch ihn schon kennt, ist mir zu hoch. Peach will dich anscheinend herausfordern. Nein, wenn ich spiele, ey. Ich muss es gewinnen, um weiterzukommen. Shy Guys High Noon. Oh, Ficken, ey. Y ist da. X ist da. B ist da. B ist da. L und R. Oh. Ich weiß noch nicht, wo die Knöpfe sind. Schwierig. Schwierig. War, glaube ich, der Falsche, ne? Ja, war der Falsche. Ich muss es halt gestehen. Ich kann mit dem Layout der Nintendo-Tasten, habe ich Schwierigkeiten. Es ist einfach so. Gib mir einen Playstation-Controller. Easy. Gib mir einen Xbox-Controller. Easy. Weil da geht es mit A los und nicht mit B. Das ist halt einfach. Das ist halt einfach so ein Ding. Ich komme nicht darauf klar, dass es B, A, Y, X ist. Das geht nicht. Das geht nicht. Wie gesagt. Und so Quadrate und so sind halt noch besser. Bei denen. Da denkt man sich halt nicht, dass das muss an einer gewissen Stelle sein. Ist ja jetzt gut, Schalger. Ich will es hinter mich bringen. Ich werde es sowieso verlieren. Bam! Das war der Richtige. Ja. Oder? Seien wir mal ehrlich, ne? So ein Quadrat. Da sagst du nicht, das Quadrat muss vor dem Dreieck kommen. Aber bei einem A und B, da denkst du... Ja, A, Mann. Es beginnt mit A. Nicht mit B. Schwierig. Durchaus schwierige Situation hier. Aber, wir haben den Sieg. Damit haben wir Welt 2, 3 abgeschlossen. Ich bin glücklich und froh. Wobei... Ah, die zweite Tür geht auf. Ah! Nichts wie durch. Ich sag es dir, Toad. Ich sag es dir. Ich meine, das hat sich ja jetzt auch auf Minimal gezogen. Ich spiele weiter. Das will dich schockieren. Ich war... Ja, mich schockiert es auch, Mann. Es schockiert nicht nur dich. Vertrau mir. Ich bin genauso durch den Wind wie du. Ah, ich darf wieder. Das ist nett. Ich werde sie auch brauchen. Aber ich habe ja alles gemacht, klar. Du hast es weiter geschafft. Ich bin wirklich beeindruckt, Mann. Aber ich will dir nicht mehr zuschauen, Rosalind. Ich will mitspielen. Was? Toadie Boy auf der Rennbahn? Gegen starke Gegner. Wie ging das denn nochmal? Ich glaube, da muss man... Man darf nicht immer Vollgas geben, ne? Bewegen, schneller, loslassen, langsamer. Okay. Ja, ist einfach so, das Ding sei kein Idiot. Denn in solchen engen Kurven sollte man dann Vorsicht walten lassen. Und in den weiten Kurven einfach Gas geben. Oder beziehungsweise ein bisschen... Man sieht es ja auch, wenn sie so ein bisschen ins Schlagern kommt. Die gute Frau. Mädel hier. Manch einer würde auch sagen, die Sexgöttin. Das ist sie. Das war free. Das war free. Ich bedanke mich. Bei meiner lieben Rosi. Rosi-Chan. Dankeschön. Hast du wunderbar gemacht. Räumchen. Das wollte ich nicht. Okay. Sehr schön. Das war das Rennbahn-Spiel. Und damit... haben wir den Zugang zu Welt 4 freigeschaltet. Welt 4, meine Freunde. Wieso, was bedeutet das? Das ist die letzte. Dann ist das Spiel vorbei. Oh, shit. Ich wäre so froh, wenn das Spiel vorbei ist. Aufhören. Ja, ne, jetzt höre ich aber auf. Oh, die Boy. Das war jetzt das Tropfen, das das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Liebe Freunde, wir sehen uns im nächsten Part. Hoffentlich wieder. Bis dahin. Und ciao.